Gucken wir mal. Aktuell ist ja wirklich so, dass das Alpha Kevin der reagiert übrigens auf das also KuchenTV reagiert genau auf das Video, worauf wir gestern reagiert haben. Deswegen ist der Inhalt hier vielleicht weniger interessant als das, was KuchenTV dazu sagt. Die haben sich ja auf Twitter wirklich heftig angebieft. Es ging ja wirklich bis hin zum Blog von KuchenTV. Das ist heftig. Ich bin mal mächtig gespannt. Alpha Kevin frontet mich und ist selber nicht besser. Ja, diese Doppelmoral. Wir gucken mal, Leute. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Ja, es ist wirklich. Warte mal, haben wir das hier? Oder hier? Unfassbar. 21 Monate Sub und dann das. Du bist für den Shit gesperrt. Unangenehm auf einem Next Level Bereich, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Allgemeine Kritik zu dem Video von Alpha Kevin. Er hätte es weit besser machen können, da das Thema sehr groß und wichtig ist und nicht nur zu gebrauchen, um Kuchen zu dissen. Ja, es kam mir auch so vor. Wobei ich jetzt hier, ich sage es im Vorfeld, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne Alpha Kevin nicht gut genug, um zu wissen, ob er da wirklich nicht imstande ist, zu verstehen und zu differenzieren. oder ob er das macht, um gezielt Kuchen zu fronten. Oder aber, das ist auch noch eine Option, die wir uns offen lassen müssten, es könnte sein, dass die beiden das wirklich so mehr oder weniger abgesprochen haben. Ist eine Option. Nach dem Motto, lass uns mal ein bisschen biefen. Lass uns mal ein bisschen biefen. Das kommt gut. Die Leute haben Bock drauf. Keine Ahnung. Und selbstverständlich, ich warte auf Kevins Video. Natürlich werden sie den Beef so verpacken, dass beide es ernst meinen. Ich denke also nicht an einen reinen Distant. Ich glaube auch nicht, dass er es gezielt gemacht hat. Ich denke mal, also, wenn ich es auf mein Gefühl jetzt hören würde, würde ich sagen, Alpha Kevin hat viele Dinge in einen Topf geworfen und viel zu undifferenziert versucht zu beurteilen. Also Unvermögen. Aber egal. Gucken wir erst mal, was KuchenTV dazu sagen hat. Eine Antwort kommt natürlich auch von Alpha Kevin. Und das wissen wir alle. Und da gibt es jetzt erst mal wieder neuen Content. Wie gesagt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie gesagt haben, jo, pass mal auf, mit Shurioka isst er. Die will gerade nicht, die Shurioka. Und Dara ist auch zu, zu irrelevant. Dann machen wir beide mal ein bisschen Beef. Könnte sein. War live bei Kevin, der war schon sauer auf Kuchen. was merkwürdig ist. Aus welchem Grund. Aber egal. Gucken wir mal. Da Rianico gerade nicht da ist, glücklicherweise, endlich mal, der soll ja auch nicht mehr wiederkommen, können wir auf das Video von Alpha Kevin reagieren. Der hat nämlich mich gefrontet, weil ich Leute beleidige und Bodyshame. Oh boy. Und ja, wir gucken da rein. Wäre cool, wenn ihr ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da lasst oder macht es auch einfach so. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Wir haben ja gestern darauf reagiert und ich habe ja tatsächlich mehr Partei für KuchenTV ergriffen. Einfach nur, weil ich es versuche, aus einer neutralen Position richtig zu, zu einzuordnen. Ja, und mal gucken, in wie vielen Punkten ich da tatsächlich richtig lag. Weil, ne, ich glaube, wer könnte besser mich bestätigen oder widerlegen als ein KuchenTV, um den es ja geht, ne? Ich glaube, das wird heute ein wildes Thema. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, ich würde wegen Cloud gegen irgendwelche YouTuber oder Streamer schießen, dem ist nicht so. Wobei, mir wäre es auch egal, wenn ihr das so denkt. Ich habe nämlich nichts gegen die jetzt im Video angesprochenen Leute. Weder gegen Honeypoo noch gegen KuchenTV oder sonstige Twitter-Trolle und ähnliche Leute, die ebenfalls eine Erwähnung hier verdient hätten. Ganz im Gegenteil. Ich will bloß euch einfach mal aufzeigen, was derzeit auf Twitter und Instagram abgeht und wie es normal geworden ist, einfach Menschen auf eine extrem ekelhafte Art und Weise wegzubeleidigen. Dabei geht es vor allem hierbei um Body-Shaming, also darum, das Äußere von Menschen zu bewerten und niederzumachen. Seht das aber bitte nicht als Angriff, denn das Video hier soll nur dazu dienen, sich vielleicht ein bisschen selbstkritisch damit auseinanderzusetzen. Denn ich denke, Mobbing muss nicht gepusht oder toleriert werden und vielleicht kann ich die ein oder anderen so ein bisschen aufwecken. Und nicht falsch verstehen, wir reden hierbei wirklich von ganz eindeutigem Mobbing und nicht dem Chlorifizieren von Übergewicht, wo Kritik wirklich angebracht wäre. Doch wie bin ich jetzt eigentlich genau auf dieses Thema hier gestoßen? In erster Linie bin ich wirklich leider ziemlich viel auf Twitter unterwegs und bekomme dadurch mit Was? Safe, Digga, Twitter ist tot. Muss die Leute derzeit so feiern. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen regelrechten Trend gibt, bei welchem man völlig unnötig, ungefragt Menschen aufs Äußere reduziert und dann schlecht redet. Als ich mir das dann ungefähr das hundertste Mal durchlesen musste, wie irgendjemand jemand als fett beleidigt hat, dachte ich mir, ich schreibe einfach mal einen Tweet, damit vielleicht einige danach merken, dass Mobbing in dieser Form vielleicht gar nicht mal so geil ist und man das eigentlich auch schon vom Elternhaus beigebracht hat. Ja, also ich weiß nicht, da muss ich halt sagen, das Video geht auch über mich. Ich habe das gestern überflogen, ich weiß es nicht ganz. Ich habe da mit Kevin noch eine Troll-Auseinandersetzung auf Twitter gehabt. Wir haben uns aber auch schon privat tatsächlich auseinandergesetzt. Ich wollte jetzt nicht, dass wir hier einen ultra dicken Beef oder sowas haben, deswegen haben wir schon privat auf jeden Fall darüber geredet. Ich meine, dass er das kritisiert, ist absolut in Ordnung, gar keine Frage. Will ich auch gar nichts gegen sagen, muss auch nicht sein, sage ich gleich noch was zu. Ich finde es aber dann komisch, weil der gute, der gute, wie heißt er denn, Skoros hat eigentlich einen ganz guten Tweet jetzt auch schon dazu rausgehauen, den ich euch ja einfach mal zeige und deswegen... Stimmt, Skoros wurde auch noch mit reingebracht. Deswegen finde ich die Kritik dann immer so ein bisschen komisch. Der hat nämlich gepostet, hier das. Also genau genommen, Olli war das ein bisschen mehr, ist für mich hier eh geklärt zwischen uns. Wenn wir uns mal die Clips unterhalten sollen, in denen du mich ausgelacht hast, wegen meiner Statur, meinem Hals, meiner Sonnenbrille oder allgemein einfach meinem Aussehen. Auch Bilder, die du genutzt hast, die sich ebenfalls im Moment aussehen lustig machen, wie das mit dem langen Hals. Und der Kontext war definitiv dafür, mich zu mobben. Dein Chat hat da mehr mitgewirkt, meine Nachrichten waren voller Hass zu dem Zeitpunkt und Inhalte mit Mobbing-Dings. Ja, und so weiter halt. Ob man nun Menschen auslacht fürs Übergewicht oder den Hals oder Ähnliches, ich weiß ja nicht. Zumal einer mit Übergewicht was dann ändern kann, ich nicht. Ich sehe aus, wie ich bin. Daher ist der Tweet über das Video allgemein nur semi-gut. Richtig ist, dass man das nicht tun sollte, man Empathie aufbringen sollte. Man sollte nur vorsichtig sein, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt. Und das fand ich an dem Video nicht so gut. Kein böses Blut, nur meine zwei Cents. Ja, das ist ganz genau das Ding. Ich finde das gut. Ich finde, da hat er definitiv einen Punkt gemacht. Und ja, ich weiß, er sagt ja, dass er auch nicht frei von Fehlern ist. Ich finde es halt immer so ein bisschen weird, wenn Leute quasi sich so als moralische Instanz hinstellen und quasi so sagen, ja, guck mal, hier mit dem Finger zeige ich jetzt auf KuchenTV und die zwei Twitter-Nutzer und sage euch, wie böse ihr seid, obwohl du halt selber nicht besser bist. Also ich finde, dann bist du halt nicht die Person, die sich dann da so hinstellen darf, außer wenn du dich selber mit reinnimmst. Wenn du auch sagst, hey, ich bin auch nicht ohne, lass uns doch alle gemeinsam besser werden. Aber in einem Nebensatz zu sagen, so ja, ich mache übrigens auch Fehler, weiß ich nicht. Kommt halt eher so rüber, als wenn man jetzt andere Leute kritisieren wollte, ohne dass man aber selber in die Zielscheibe kommt. ...sollte. Seit wann ist es eigentlich Trend geworden, auf Twitter die mieseste Fettfeindlichkeit an den Tag zu legen? Seid ihr 13 oder was? Niemand kennt die Geschichte hinter den Menschen, die eventuell übergewichtig sind. Absolut respektlos und bodenlos, hier permanent auf das Aussehen zu gehen. Lernt mal, was Anstand ist und was solche Kommentare mit Menschen machen können. Leider haben viele Menschen genau dies... Das kann man aber nicht gleichsetzen. Wenn ich reakte auf ein Video und dann eben lachen muss wegen Hals oder sonst was, ist das was anderes, als Annamment dem Ziel zu treuen, zu profizieren auf Twitter, einen nivellosen Mist zu posten. Das stimmt. Aber ganz genau, das hat er ja gemacht, der Kevin. Der hat ja dann auch gezielt, ist ja auf das Aussehen von Skurros gegangen und das ist ja halt dann nicht gerade besser. Gut, Skurros ist halt nicht übergewichtig. Dafür hat er halt seine Körperhaltung und so weiter angesprochen, thematisiert und das genutzt halt als Angriffsmittel, was ich auch sehr weird finde, weil, weiß ich nicht. ...wahrscheinlich mit Absicht falsch verstanden, weshalb dann geschrieben wurde, dass ich auf einmal Übergewicht glorifiziere, was ich ja offensichtlich in keiner Silbe in meinem Tweet erwähnt habe, aber okay. Seit wann ist es eigentlich Trend geworden, eine zu über 90% selbstverschuldete Krankheit so extrem verteidigen zu müssen? Also, weil ich schreibe, dass man nicht grundlos einfach Leute beleidigen sollte aufgrund ihres Körpergewichts, wird das als Verteidigung von Adipositas interpretiert. Damit war er übrigens nicht der Einzige, weil es ungesund ist, wissenschaftsfeindlich ist, für Übergewicht werben und zu glorifizieren. Auch der hat es nicht verstanden, dass ich in meinem Tweet gar nicht gemeint habe, dass Werbung dafür gut ist. Mir geht es ja auch... Hat Alpha Kevin regelmäßig getweetet, um Skrulls aussehen auszulachen? Nee. Wieso? Also, das ist allein den Inhalt von Tweets. Nein, aber er hat es gesagt und hat es tatsächlich als realen Angriffspunkt genommen. Die Troll-Tweets von KuchenTV sind genau das, was er in seinen Videos aber auch immer wieder sagt und tatsächlich, nach dem Motto, okay, das ist Twitter, das ist halt Troll, das ist edgy, das ist gezielt Trolling, aber meine wahre Intention ist, ich mag diesen Scheiß nicht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Deswegen sind diese Trolling-Tweets ja so absurd, weil es genau das Gegenteil von dem widerspiegelt, wie ich eigentlich bin. Ja. Das kann man gut finden oder doof finden, aber hier muss man einfach differenziert an die Sache gehen und auch verstehen, wo ist das Trolling oder wo ist es tatsächlich so, dass du hilflos bist und versuchst, mit dem Aussehen irgendwelche Talking Points zu machen. Ausschließlich um das Beleidigen und das Nicht-Akzeptieren von übergewichtigen Menschen und da muss man halt mal eine klare Grenze ziehen. Denn ich rede ja hierbei nicht darum, dass Übergewicht gut ist und man das auch glorifizieren sollte. Ganz im Gegenteil. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Übergewicht ungesund ist und es zu vielen Komplikationen führen kann. Doch es gibt halt einen Unterschied zwischen Yo, ich finde das Eine Komplikation ist unter anderem, dass ihr dann keinen Sex mit mir haben könnt. Also sucht's euch aus. Das Klorifizieren von Übergewicht nicht gut und lasst mal alle als ekelhaft und fett beleidigen, die übergewichtig sind und sich im Internet zeigen. Leider. Und da muss ich wirklich sagen, leider ist mir das bei KuchenTV am meisten aufgefallen. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich habe keine Differenzen mit KuchenTV. Wir sind jetzt auch nicht in einem übel negativen Verhältnis oder so. Also zwischen uns Ja, 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 aber mich erst mal fronten, während man es selber macht. Ja, ja, ja. Alles in Ordnung. Aber ich kann mich noch ziemlich... Du stehst in der Öffentlichkeit. Genau das, was eine Chiroka auch immer sagt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Machst du ja auch nicht. Na, du gehst ja auch halt auf die Sachen, die halt öffentlich zu sehen sind im Internet. Also ist das vollkommen legitim. Ich muss gut erinnern, wie KuchenTV in seinen Buddy-Positivity-Videos meinte, dass man doch niemanden beleidigen sollte aufgrund ihres Äußeren. Mich persönlich macht diese Person aufwütend, weil sie einfach überhaupt keine Intelligenz besitzt. Aber das gibt euch nicht das Recht, sie zu beleidigen oder runterzumachen. Stellt euch bitte nicht auf eine Stufe wie diese Person. Seid besser. Entweder ihr schreibt ganz normale, sachliche Kommentare oder ihr haltet einfach eure Fresse. Wenn ich mitkriege, dass irgendwelche meiner Zuschauer irgendwelche beleidigenden Kommentare schreiben, dann blockiere ich euch übrigens, weil ich euch nicht in meiner Community haben will. Boah, gut, dass ich mich da ganz leicht rausreden kann. Mir geht es eher um Hate wie Noto und so weiter, was da geschrieben wurde. Das ist dann aber halt nicht so geil, wenn man Menschen blockiert, die andere beleidigen. Glück gehabt. Man aber beispielsweise vor ein paar Tagen folgende Storys postete. Idling Haaland, Kilogramm Mbappé, Diabetico Madrid. Ey, 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 in alter Olaf Scholz-Mannia würde ich einfach mal sagen, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ey, ich glaube, Twizy hatte das gepostet. Ja, ich weiß nicht, Digga, also natürlich ist es halt unnötig, gar keine Frage, ne, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das halt eine Beleidigung ist. Ich weiß nicht, auch wenn Leute irgendwelche Giraffen-Memes oder sowas für mich machen, das ist halt, ich finde, das ist halt einfach so ein bisschen dieses, ja einfach so Humor, ne klar, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die andere Person das sieht, auf jeden Fall so schlimm sieht die Person das offensichtlich nicht, weil die Kommentare habe ich auch einfach geklaut, also die Kommentare unter den Videos von dem sind voll mit den Namen, ja also da gab es noch viel, viel bessere Namen ähm, wenn es ihn so stürmen würde, geschätzt, ich mal das ihr bietet doch einfach lustig, ja aber ihr zeigt jetzt wieder so, sobald ihr irgendeine Person nicht leiden könnt, da sind die ganzen Witze so komplett, absolut nicht mehr zu verhandeln, nein, das ist nicht lustig und das darf man nicht, das ist so ja, das ist so wieder dieses, Leute manchmal ist ein Witz auch nur ein Witz und wer ihn nicht witzig findet, okay, aber dann sofort sagen, das ist eine schlechte Person, das ist so einfach weiß ich nicht weiß ich nicht Diabetico Madrid ist ein harmloser Joke, ja genau ich finde solche Witze nicht witzig, vollkommen in Ordnung vollkommen in Ordnung also das gelöschtete, klar, ist unnötig ich finde das jetzt aber von allem was ich gepostet habe, am wenigsten schlimm, ne diese Storys sind ausnahmslos beleidigend, es bietet keinen Mehrwert und der Influencer, der dort Fußball spielt, hat auch nicht nach Namenswitzen gefragt, nur weil er dort irgendwie Fußball spielt, ja gut, sämtliche Insta-Storys mit Mehrwert verlangen zu wollen, dann dürftest du ja wirklich gar niemandem mehr folgen, ne, also Mehrwert, was hat denn für dich einen Mehrwert? wer bestimmt denn den Mehrwert? manche wollen einfach nur mal einen kurzen oberflächlichen platten Lacher haben und dann hat er seinen Mehrwert weiß ich nicht er wollte halt lediglich seine Skills ja, aber was hat das damit zu tun, ob jemand fragt oder nicht? lässt er aufblicken, dass da noch viel düsteres bald Kuchen im Kopf abgeht oh mein Gott, er macht wahrscheinlich auch noch Witze über Schwarze oh mein Gott verbrennen sollte man die männliche Hexe mal ganz ehrlich also unabhängig jetzt von der Sache dich fragt doch auch keiner nach deiner Meinung zu Skurros oder keine Ahnung zu Twitch oder was auch immer du gerade für Videos machst es fragt auch keiner, ob du auf Videos reagieren kannst auf die du reagierst also das Internet ist immer noch ein freier Ort wo jemand einfach seine Meinung wo jeder einfach seine Meinung posten darf und ich finde halt die Aussage immer weird zu sagen ja wer hat nach deiner Meinung gefragt? ja niemals, es muss keiner nach meiner Meinung fragen damit ich einen Joke machen darf es zeigen, sich dabei filmen, das ins Netz stellen und das war's er hat nicht nach einer Bewertung seines Äußeren gefragt also das ist halt wirklich viele andere haben ein Problem aus meiner Sicht wenn sie einen Joke nicht witzig finden tun sie so, als dürfte auch kein anderer den Witz finden äh, witzig finden erinnert ganz genau wie es moralisch verwerflich oder inhaltlich ist jeder geht immer nur von sich aus und stellt darauf eine allgemeinige Moral auf das stimmt das ist wirklich das Problem ja deswegen, da sage ich da kommen wir wieder zu dem Punkt tolerieren akzeptieren, tolerieren oder dulden einfach nur dulden na, es gibt so viele Leute die so einen Schwachsinn von sich geben wo ich dann sage boah ey, da werde ich in tausend Leben nicht mit übereinstimmen äh, was will ich jetzt machen ihn aus der Welt löschen rausrätigen geht ja nicht also weitergehen unnötiges Gehate und das ohne Grund das ist doch Gehate jo, komm mal klar Alter jo, chill mal und vor allem also jetzt mal wirklich also Hate ist das ja überhaupt nicht ähm, stellt man jemand öffentlich bloß und das finde ich wirklich super ärgerlich denn diese Storys die kamen alle nachdem ich meinen Tweet verfasst habe dass ich diese Fettfeindlichkeit nicht unfassbar nachvollziehen kann und auch zuvor wurde KurenTV dafür immer wieder kritisiert denn in Videos sagte er ja das hier ja, natürlich solltest du deinen Körper so respektieren wie er ist und natürlich hat auch keiner das Recht dich aufgrund dessen zu diskriminieren aber wenn man dann auf Twitter schaut dann sieht man halt solche Takes jetzt ist es eigentlich witzig weil ein Kevin sich da voll drüber aufregt über so einen dummen Witz heißt er kann ich mich nicht dran erinnern tut mir leid äh ja ich weiß ja aber guck mal wir diesen Körper nicht diskriminieren das also da kann man ja da geht es ja nicht nur ums Übergewicht da kann man auch alles andere aber jetzt mal Real Talk man tut ja so dieses oh mein Gott dieser KuchenTV was bringt der Mitte für Takes diese Takes so gemein die auch sind die gibt es ohne Ende da kennt ihr auch diese wo sie kleinwüchsigen da irgendwie weiß ich nicht so ein Kleinwüchsiger im Fitnessstudio mit diesen Robes die er dann immer so hin und her schleudert und so weiter und dann sieht man so so einen kleinen so einen kleinen Schnitt und dann sieht man so einen Typen wie er steht und so seine seine Schnürsenkel ne sind dann so am flattern ja sowas in der Richtung ist das ne auf derselben Meinung äh Meinung auf dem auf dem selben Niveau ich habe jetzt gerade Meinung gelesen ist halt auch für manche lustig für manche nicht ja weiß ich nicht nein ich finde das nicht lustig und wenn du das lustig findest dann bist du ein böser Mensch was halt mit reinnehmen und weißt du was woanders gibt macht es das jetzt besser ja aushalten akzeptieren dulden einfach mal weniger Stock im Arsch haben beziehungsweise akzeptieren dass du nicht der Nabel der Welt bist einfach sagen ist nicht meins wunderbar es ist seins wunderbar muss ich das teilen nein muss ich es gut finden nein muss ich es aus der Welt schaffen nein warum wer bist du verstehst du einfach mal akzeptieren dass du nicht der Nabel der Welt bist du magst das nicht wunderbar ganz einfach also ich finde es ist halt ein Unterschied ob ich jetzt da so ein Meme poste so keiner weiß wer die Frau ist man hat sie auch nicht gesehen ähm oder ob ich jetzt wirklich zu jemanden hingehe und sage du fette Stück Scheiße oder so weißt du das ist für mich halt schon noch ein Unterschied so also für mich ist es halt einfach schwarzer Humor so ich finde jetzt nicht dass es halt irgendwie eine Beleidigung oder eine krasse Diskriminierung ist ähm wenn man das halt so einsetzt also genau die gleichen Jokes gibt es über mich auch wo ich keine Ahnung Gina hat mal ein Bild von mir gemacht 2016 beim Einkaufen wo den Lauch neben mich hält und so das wird heute noch gepostet so da mache ich mich auch drüber lustig und da war ich ja auch ein Lauch und so das ist für mich auch keine Diskriminierung oder Beleidigung aufgrund meines Gewichts oder sowas ja da kommt das okay einfach Fatshaming Beleidigung und Abwettung von Menschen aushalten die Menschen finden das sicher auch voll funny boah ganz im Ernst geh mal zum Arsch lass sie den Stock entfernen aus dem Arsch ganz ehrlich was ist los mit dir dein Heul halt rum dass andere irgendwie einen anderen Humor haben als du aber was willst du jetzt machen andere Leute dass du dich jetzt besser fühlst dass du irgendwie moralisch erhe erdings auf einer höheren Ebene stehst möchtest du das erreichen wir haben es verstanden du bist ein besserer Mensch als all die anderen Leute die über solche Witze lachen können okay ich beneide dich wirklich ich verehre dich das ist doch kein Humor boah dann heul doch halt leise geh mir nicht auf den Sack mein Gott ja du stellst dich so hin ja das ist kein Humor wer bist du dass du über andere Leute entscheidest wenn jetzt ein Kuchentierfrau ankommt und sagt wenn du darüber nicht lachen kannst dann hast du keinen Humor dann sagst du hä wer bist du dass du bei mich sagen kannst das was du gerade machst das verbietest du dir Gott im Himmel das ist doch das ist doch der hat jemand ein Taschentuch hat jemand warte mal komm nur für dich so warte mal aber sieht schon ein bisschen so aus oder sowas oder das Bild hier warum lässt du da den Kontext weg Tina dankeschön für den Prime-Sack warum lässt du da den Kontext weg sie hat geschrieben sowas wie keine Ahnung hier an meinen Ex-Partner das hast du verloren und ich habe geschrieben das ist ziemlich viel also er tut so als wenn ich einfach das nur so gepostet hätte aber es war ja auf sie bezogen und äh auch Twitter mal ein bisschen rumfronten ist für mich halt komplett normal oder das Bild hier und ja klar sind viele Sachen nicht ernst gemeint warum schneidet er das weg warum schneidet er die Bildüberschrift weg ey das ist schon wieder so ein richtig typisches Alpha Kevin Video man dummes Getrolle und so weiter und so fort dafür ist unter anderem Twitter vor allem hier ist es wirklich sehr dominierend wie sehr höre ich auf mein Bauchgefühl und wie wichtig ist es dass mein Bauchgefühl und meine moralischen Wertvorstellungen über alle anderen stehen wenn ich das nicht gut finde dann hat das keiner von euch gut zu finden ansonsten seid ihr schlechte Menschen ja so ein bisschen weiß ich nicht das Problem ist aber nur mit diesen absolut unnötigen und auch unlustigen Sprüchen wird halt immer mehr und mehr ein Trend erzeugt und dieser ist dann tatsächlich mehr oder weniger entstanden und da KuchenTV dort somit die größte Reichweite hat bei diesem Trolling pusht er das Ganze wirklich immens nach oben so gibt es Troll-Accounts die zur Hälfte daraus bestehen Menschen komplett niederzumachen und der vermutlich größte von diesen Troll-Accounts heißt Kobalt und der interagiert hin und wieder auch immer mal mit KuchenTV und die scheint sich ganz ich liebe dieses Bild ne wirklich ganz gut zu verstehen und diese postet dann beispielsweise solche Takes hier Gewichtstapelle bei Frauen 54 bis 55 Kilogramm es kommt hier nicht mehr darauf an ob Bodyshaming oder Fettshaming oder Laufshaming oder sonst irgendwas es kommt darauf an ist da ein Kontext der lustig ist ist es absurd ist es halt mit einem raffinierten Wortspiel in Verbindung ist die Situation gerade da fühle ich mich gerade manchmal lache ich über solche Sachen manche nicht manche sind komplett platt manche wie das hier das ist kein Witz das ist einfach nur plump und dumm und halt ne ohne was dahinter aber das ist halt so meine persönliche Warte wenn jetzt irgendjemand da sich den Arsch ablacht dann 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 hebe ich einmal die Augenbrauen und sage okay bitte go for it meins ist es nicht aber gehe ich jetzt da hin und hole in die Ohren voll dass ich das nicht witzig finde und dass das nicht witzig ist und 90 Kilo plus Boeing 747 meine Mutter wiegt 91 Kilo und die ist keine Boeing ich sag dir wie es ist ne also bitte wo sind wir hier wir reden von Twitter wir reden von dem größten Shithole im Internet Twitter und wir reden von schwarzem Humor und dann reden wir von Moralvorstellungen und von Witz und von von Geschmäckern und das warum können wir das nicht differenzieren warum müssen wir einfach immer nur meine Belange meine Gefühle wichtiger als alle anderen wenn ihr mal damit aufhören könntet und ein bisschen mehr differenziert oder auch vielleicht nur mal einfach sagen aushalten ist gleich Göttin 90 plus Kilogramm ist Boeing 747 mit 80 Extrasitzen ernstes Thema ich habe bemerkt dass wegen mir viele Leute in letzter Zeit angefangen haben fette Menschen und Transsexuelle zu beleidigen ich will nur klarstellen ja da stehe ich auch nicht also Transsexuelle sollte man halt komplett in Ruhe lassen meiner Meinung nach ne die sollten nicht diskriminiert werden der bringt manchmal schon wirklich sehr weirde Takes ist ein komischer Troll auf jeden Fall ich feiere auch vieles nicht was der postet dass ich das super finde oh mein Gott KuchenTV findet mich auch fett Moment fuck ich wollte gerade was sagen fang ich an zu husten ich meine ihr seht es ja ich meine ich weiß nicht wer von euch mir auf Twitter folgt und so weiter ihr seht ja nicht einen einzigen solcher Witze weder dass ich solche like dass ich solche teile oder selber solche Witze bringe also ich selber kann über solche Sachen ab und zu mal schmunzeln weil es halt vielleicht wie gesagt der Wortschitz ist der funktioniert die Situation gerade passt oder 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 das das Unerwartete was dann da eintrifft wie die Frau geht ins Wasser und dann auf einmal siehst so einen Wal das ist halt lustig weil weil das so absurd ist und weil es halt so überraschend kam so bumm okay das war überraschend ja mein Humor ist es nicht ich würde sowas niemals bringen ne und trotzdem kann ich sagen ja okay bitte dann go for it manche bringen richtig gute intelligente Witze wo ich ihnen sage boah ist es aber ein bisschen wohl ne mein Lebenstraum geht in Erfüllung drei Jahre Bulimie und danach Recovery haben es sich gelohnt für dieses Kompli vor allem guck mal auch das ist voll dumm ich habe einfach nur geschrieben das wird sich sowas von gespeichert ich meine damit dieses Bild hier das ist diese Antwort hier und sie macht daraus OMG KuchenTV finde mich auch fett hä ich habe gar nichts zu dir kommentiert ich habe einfach nur gesagt dass ich dieses Bild lustig finde was er gepostet hat ich habe nie gesagt dass das passt oder sonst irgendwas boah ich hasse diese dummen Menschen die sich so bei jeder Möglichkeit in die Opferrolle stellen Digga ich habe nie ihren Körper kommentiert oder sonst irgendwas gesagt boah das muss ich das muss ich hier direkt auch mal bei Twitter hier posten das geht halt gar nicht ist kompliziert sich gelohnt für dieses Kompliment drei Jahre Recovery ist gleich wieder ein Mammut geworden und so weiter und so fort also ich denke man erkennt allmählich die Ausmaße die das Ganze nimmt und auf meinen Tweet zur Kritik zu diesen bodenlosen rumbeleidigten aufgrund des Übergewichts von Personen bekam ich dann von KuchenTV folgende Antwort wir sollten die Asozialität dem Steuerzahler jährlich über 20 Milliarden Euro zu kosten wegen Faulheit und fehlender Willenskraft nicht ignorieren und das war 2016 heute ist es noch höher daraufhin fragte ich ihn dann ob das jetzt ernsthaft sein Grund ist deswegen einfach übergewichtige Menschen Digga ich muss nur sagen ich liebe es ich liebe es mit Eifer Kevin ich liebe es mit Eifer Kevin auf Twitter zu diskutieren weil das Geile ist du trollst halt einfach bis zum geht nicht mehr und der nimmt das halt immer so komplett ernst weißt ja er ist so dieser typische Allmann der so twitterlich versteht und dann du gibst so eine Trollantwort ab und er macht erstmal so einen Text aber das finde ich jetzt nicht in Ordnung dass du das gepostet hast ich feiere das Digga ich weiß nicht ich liebe das zum Grunde ist zu beleidigen auf die Frage bekam ich dann übrigens ein stumpfes Ja und das was mich halt aufregt ist ich weiß das Ganze ist Getrolle und die finden das lustig und so weiter aber wenn du es doch weißt warum reagierst du dann drauf warum reagierst du nicht so als oder beziehungsweise warum reagierst du halt nicht so wie man halt auf Trolling reagiert und in real life würden die auch nicht zu Leuten einfach hingehen und die random als Fett beleidigen aber sich halt in Videos hinstellen und zu sagen yo ich würde jeden blockieren der einfach andere beleidigt und dann sehe ich auf Twitter und auf Instagram das dort Menschen einfach fertig gemacht ich habe aber also nichts wo was er gezeigt hat ist eine Beleidigung der Wolfer dankeschön für den T1 zu werden dann ist das für mich einfach nicht nur widersprüchlich sondern mega mega uncool das ist ja schon irgendwo ein Widerspruch oder nicht zumal ja trotz meiner Kritik und die Kritik von vielen anderen immer weiter gemacht wird wie gesagt die können wir nur nicht auf einfach Kevin hören unfassbar das hier soll jetzt auch gar kein was das hier in diesem Influencer wie oberflächlich kann man sein das Übergewicht auch der Welt fehlend Disziplin um mangelnden Willen zu reduzieren ist auch eine scheiß Meinung also erstens hast du auch hier Trolling nicht verstanden scheinbar nicht schlimm aber das ist ein Troll gewesen immer noch ich weiß nicht ihr müsst mal damit ihr seid doch nicht erst seit gestern im Internet ihr checkt das doch wann vor allem fragt nach dem Kontext wenn ihr diesen nicht habt warum wird nie nach dem Kontext nach den Hintergründen gefragt warum sofort erst mal ein Urteil aufgrund eines Bauchgefühls und dann vielleicht eventuell hinterher erst mal nachfragen wie war das eigentlich das immer gemeint ich meine ich hab jetzt schon mein Urteil abgegeben aber Anzeige ist schon raus aber wie meinst du das eigentlich wie wärs mal vorher gucken war das wirklich ernst gemeint oder war das einfach nur ein fucking Troll und ja Übergewicht ist gemünzt auf unsere Wohlstandsverwahrlosung auf mangelnde Disziplin und auf einem ne dementsprechend nicht vorhandenen Willen und so weiter und so fort weil zunehmen ist halt auch einfacher und wir sind halt Wohlstandsverwahrlos wir haben jeden Scheiß wir können uns wir werden nicht einen einzigen Tag im Leben hungern hier in Deutschland ja und jeder Scheiß es gibt so billigen Scheiß der so geil lecker ist aber mit so hohen Kaloriendichte wir fressen davon ohne Ende wir werden immer fetter weil wir uns die scheiß Kalorien reinstopfen und wir wissen nicht warum weil wir uns auch gar nicht großartig in dieser schnelllebigen Gesellschaft mit unserem Essen auseinandersetzen das hat nicht vor kurzem das Thema wir fressen teilweise vom Fernseher abends beim Fernseh gucken wir fressen die Chips wir essen noch Salzstangen dann haben wir noch ein paar Weingummis und so weiter hast du locker 5, 6, 7, 800, 900 Kilokalorien und du bist null satt dann sagst du boah Schatz wann gibt es jetzt irgendwie was zu essen ich habe Hunger ja und dann wunderst du dich dass du eine Plauze bekommst aber immer wieder zu sagen von den Betroffenen na ich habe halt schwere Knochen und ich habe auch eine Stoffwechselerkrankung deswegen kann ich halt nicht so Bullshit Bullshit sorry Gebäsche gegen KuchenTV sein und ich möchte jetzt auch nicht nur auf KuchenTV drauf rumhacken sondern es soll einfach mal den Ernst der Lage aufzeigen weil das offensichtliche Mobbing schlichtweg sehr negative Auswirkungen auf die betroffenen Personen haben kann unter meinem Post schrieb dann beispielsweise jemand mit Übergewicht folgendes ich bin praktisch mein Leben lang dick ich habe niemandem etwas getan wenn du das so sagst dann lass dich jetzt die Salzstangen weg wirklich wahr ne wirklich wahr es gibt Menschen die sind von Überzeugung und man darf weder als Troll noch als Metapher noch als Schwarze Humor Jokes machen oder etwas kritisieren oder aufzeigen das ist die Verweichnung dieser Übermoral die aus meiner Sicht Realitätsfan ist ja wirklich wahr siehst ja auch hier allein schon wieder manchmal Premium-Kommentare hier wo du dir wirklich denkst ja gleich da sitzen wirklich Leute gerade mit Taschentüchern um mit einer dicken Tafel Schokolade in der anderen Hand ne also um einfach den Frust irgendwie zu betäuben ne nie meine komplette Schulzeit war die Hölle kaum Freunde soziale Kontakte null ich bin jetzt 39 verheiratet gesund trotz dick und glücklich trotzdem verfolgen mich die naja wie lange Glück äh wie lange gesund also kein Front aber deine Gelenke mit 60 Ergebnisse bis heute Witze über Dicke oder da mal ein Spruch als Erwachsener kein Problem für junge Leute ist das halt schwieriger und dieser Kommentar sagt leider wirklich sehr sehr viel aus denn dieses Verhalten dickere Menschen zu trollen und das lustig zu finden reicht halt bis in die Schule und wir wissen alle wie Kinder sind und diese und diese ganzen Sachen die werden auch nur dann thematisiert wenn dann halt betroffene Leute sagen nee das kommt nicht davon weil ich nicht diszipliniert bin ich könnte wenn ich wollte ich kann so diszipliniert sein ich kann mich so viel bewegen ne und ich werde trotzdem nicht abnehmen wirklich dann lass uns doch mal einen Monat zusammen verbringen nur du und ich ne wir ziehen zusammen so eine Art WG und dann guck ich mal ich werde auch nicht eingreifen ich schau und beobachte dich einfach mal lebe dein Leben ganz normal weiter oder ich komme zu dir für einen Monat bin Besucher und ich zahle auch ne meinen Teil an Strom und so weiter und Miete wenn du möchtest und dann schau ich nochmal ich bin nur Mäuschen bei dir und dann schreibe ich alles auf was du isst wie viel du dich bewegst und so weiter und so fort und dann gucken wir mal ob das was du mir gerade gesagt hast nicht einfach nur kackfrech gelogen ist weil du dir einfach selbst nicht zugestehen möchtest dass du naja da halt nicht die Kontrolle hast über dein Leben das Problem bei mir ist nicht dass ich viel esse sondern dass ich viel Falsches esse das ist das größte Problem wenn ich zum Beispiel sage ich gehe nie in einen Strand da ich Angst habe dass man mich ins Wasser zieht da man mich für einen Wal hält wäre das schon moralisch nicht okay als können Kinder nichts dafür dass sie dicker sind das liegt halt maximal am Elternhaus dennoch sind die Kinder die Leidtragenden und werden völlig unnötig von anderen Kindern gemobbt ich erinnere mich noch ziemlich gut an meine Schulzeit und versetzt euch vielleicht auch mal an die frühere Lage wo ihr noch in der Schule wart oder vielleicht seid ihr auch noch in der Schule da war es regelrechte Normalität dass dicke Menschen aktuell habe ich so plus minus null ja Kuri ich achte da schon ein bisschen drauf aber ich merke auch so in letzter Zeit die so boah ich könnte jetzt ein bisschen was snacken dann sehe ich diese komischen Kokostaler mit dieser Marmeladenfüllung und so weiter diese kleinen Dinger ja wenn ich darf und ein paar fresse und so weiter erstmal hast du im Pappmaul wenig ganzen Zucker du wirst nicht wirklich satt du fühlst dich schlecht aber du hast die Kalorien drin das geht so schnell aber es schmeckt in dem Moment halt lecker und dann denkst du dir halt mach ich halt ne wie viel ich darf das weiß ich gar nicht mehr aktuell ich hab das letzte Mal meinen Kalorienverbrauch muss man ja halt auch anpassen auf wie viel bist du am Arbeiten am Trainieren und so weiter wie gehst du raus ich hab das schon lange nicht mehr angepasst weiß ich nicht und kassiert haben und das obwohl denen keinerlei Schuld trifft also an alle Influencer werdet euch bitte eurer Verantwortung bewusst was das für Auswirkungen haben kann wenn ihr Hass gegen dickere Menschen übel befolgt ja einfach wäre auch gut wenn du mal richtig recherchierst und nicht immer irgendwelche Fakten und Sachen weglässt in deinen Videos da solltest du dir deiner Reichweite auch mal bewusst werden ich meine keine Ahnung das Ding ist ja also Hass ist sowieso schon mal viel zu ich finde den Tweet nicht ich suche hier die ganze Zeit ich bin innerlich bin ich bin jetzt schon nur noch auf 150 gleich poste ich das nicht mehr Kobalt hat das doch gepostet oder was oder wie oder wat ich muss auch versuchen oder wat zu sagen oder wat wo war das denn hier meine Freunde hier 25. Oktober oder wat gucken wir mal hier so aber guck mal das Ding ist ich meine wenn man so anfängt und sagt oh mach aber bitte keine Witze mehr über Übergewichtige weil die werden ja voll diskriminiert ganz ehrlich dann musst du alle Witze verbieten so wir keine Ahnung unserer Klasse wurde sich auch wurden auch Witze über Blondinen gemacht über Frauen allgemein über keine Ahnung Leute die kleiner sind über Leute die größer sind Leute die keine Ahnung eine Narbe haben die einen Leberfleck haben also keine Ahnung ja Kinder sind grausam und keiner sollte in der Schulzeit dafür gemobbt werden weil ja es liegt einfach an der schlechten Erziehung der Kinder wenn sie dick werden so weil sie dann einfach nie gelernt haben wie man wie also wie Ernährung vernünftig funktioniert sag ich mal so ja hier ist ein ganz guter Punkt man sollte auch Witze und Hass unterscheiden können ganz genau das ist das Ding hier wird nicht differenziert an die Sache gegangen hier wird auch nicht gesagt pass mal auf das ist ein Witz aber weil ich die nicht lustig finde ist es diskriminierend wenn du nicht imstande bist das zu differenzieren dann ist es deine Baustelle aber lauf nicht durch das lauf nicht durchs Leben und versuche andere irgendwie ein 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 Urteil zu verpassen irgendwie ne einen Stempel aufzudrücken du bist jetzt jemand der 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 Fettfob ist der homophob ist Transfob ist oder was auch immer was was dir halt gerade nicht in den Kram passt nur weil dein Bauchgefühl mal wieder ein bisschen ne weiß ich die Konsequenz ist wirklich dass wir es ja nicht ändern können deshalb es okay ist es war schon immer da du wirst es nicht ändern du wirst nur dich ändern können indem du einfach mal Dinge verstehst äh Dinge zu unterscheiden richtig einzuordnen und zu sagen okay mag ich nicht muss ich aber mitleben weil ich es nicht ändern kann ich kann für mich persönlich sagen er ist scheiße aber wenn du rumlust und sagst das ist aber jemand der richtig Hass verbreitet dann ist es deine Baustelle und dann bist du das nächste Problem ne weil einer hat nur einen Witz gemacht und dann ist das im Moment da und dann ist es weg aber wenn du dich daran aufhängst und dann sagst aber der hat und der hat hier einen Witz und der hat dort einen Witz wisst ihr noch 2022 letztes Jahr war das als Will Smith bei der Oscarverleihung dem na wie hieß er dem 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 Ansager der eine gebatscht hat als er gesagt hat was du hast was um meine Frau gesagt das war wir sehen uns irgendwie in G.I. Joe 2 G.I. Jane 2 ja da ist er hingegangen Chris Rock genau so das war ein dummer Witz unangebracht vielleicht es war ein Witz der ging 10 Sekunden ein paar Lacher aus dem Publikum weil ist ja ist ja Dings Verleihung aber ha 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 witzig so dann werden wir zum nächsten Programm keiner hätte sich mehr daran erinnert nicht einer Will Smith ist hingegangen batscht den eine seitdem hat er Verbot dort und jeder wird sich immer nur daran erinnern und Chris Rock hat das ganze aufgearbeitet und immer noch mehr Witze gemacht warum weil Will Smith einfach gedacht hat das wäre eine schlaue Idee jemand eine zu backpfeifen er hätte es doof finden können gut ist jetzt vorbei und dann bumm weg und ganz genau dasselbe Problem habt ihr auch wenn ihr jetzt sagt was das ist aber das ist nicht lustig das ist Fettfob hör mal der KuchenTV der aber der Spreader aber richtig Hass und das muss man und dann palaberst und sagst und richtest und urteilst und und versuchst die Leute einzusortieren weil du moralisch integer bist und so weiter ist doch weiß ich nicht mit eurer Empörung haltet ihr diese Witze die aus eurer Meinung nach sehr diskriminierend sind einfach noch länger am Leben aber auch das ist ein weiter Weg zu verstehen was würde sein Felt dazu sagen ne es geht jetzt einfach nur um dieses was wäre wenn ok hast recht wunderbar dann machen wir es weiter aber dann mach doch ein allgemeines Video dann dürfen wir über gar nichts mehr lachen weil du kannst Witze über alles machen bei fast jedem Witz ist irgendeine Gruppe diskriminiert wo ihr noch in der Schule wart oder vielleicht also ich stelle mir nur die Frage warum ist es jetzt Witze über fette Menschen übergewichtige bitte wir wollen politisch korrekt bleiben hier oder mehrgewichtig bei solchen Kommentaren ist es nicht mehr in Ordnung das sollen wir komplett lassen aber alle anderen Witze die andere Leute diskriminieren sind in Ordnung oder was möchtest du möchtest du Humor komplett verbieten oder was genau stört dich oder darf man Witze über übergewichtige machen aber nur in einem gewissen Rahmen also ich weiß gar nicht was dieses Video mir mitgeben soll ich stelle mir mit ihm zu dass einige Kommentare unnötig sind nicht dass Leute sagen ich kann keine Kritik einnehmen ich habe auch mit Eifer Kevin geschrieben und meinte auch dass ich das jetzt unterlassen werde oder auf jeden Fall mal zurückfahren werde so aber so das also dieses Video macht für mich ja keinen Sinn in der Schule da war es regelrechte Normalität dass dicke Menschen dass dicke Menschen immer einstecken wie viele davon sagen wie viele davon sagen ist mir egal würden wir uns wirklich ich wurde früher auch gemappt ich darf das ich mag diesen Take gar nicht ne ich bin betroffen also darf ich das das ist natürlich so ein so ein Freifahrtschein für sich selber ne nein 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 so funktioniert das nicht nee nee du musst auch immer gucken wo es gibt Grenzen halt du gehst ja nicht hin und sagst ey du bist fett oder so das ist das ist der Quatsch eh Schwierig es wurde mir mal oft gesagt dass ich aussehe wie ein Jung weil ich ich werde Honeypoo zu diesem Video heiraten unseren ersten Hochzeitstanz werden wir haben während wir dieses Video von Alpha Kevin auf einem großen auf einem großen Beamer laufen lassen und währenddessen spielt Reality falls ihr den Song kennt Statur hab keinen Po hab keine Brüste und irgendwann habe ich mir gedacht okay mich fuck das richtig ab dass die Leute sagen ich wäre wie ein Kind und mich hat es dann irgendwann mal getroffen als die Leute gesagt haben ey jo würde es dich nicht für Sascha anfühlen als würde ein Kind mit dir und ich so what also so richtig die sind richtig beleidigend reingegangen warum waren dicke Menschen nicht selber schuld dass sie Übergewicht haben naja guck mal wenn du halt bei deinen Eltern wohnst Grenzwerte sind ungesund das stimmt sogar dann haben deine Eltern und müssen deine Eltern dir beibringen wie Ernährung vernünftig funktioniert so wenn du jetzt irgendwelche Eltern hast die zum Beispiel selber übergewichtig sind weil sie einfach zu viel essen und du gehst fünfmal die Woche zu McDonalds und kriegst sonst noch Pommes und so weiter und weißt gar nicht was ein Apfel ist dann sind deine Eltern schuld daran dass sie dir keine Ernährung beigebracht haben so bei Noah zum Beispiel ist das überhaupt nicht so der isst super gerne der isst auch super viel aber wir machen halt abends eine Gemüsefalle oder Gemüsepfanne oder essen einfach ein Brot oder keine Ahnung zum Beispiel morgens wenn ich in die Kita fahre der will immer einen Apfel und eine Banane mitnehmen so anstatt irgendwie Kekse oder Süßigkeiten beispielsweise die er halt nicht so viel kriegt klar er kriegt auch mal ein Eis und na auch mal hier ein paar Gummibärchen na ist schon klar aber halt in Maßen so und manche Kinder lernen das halt einfach nicht und lernen dann nie einen vernünftigen Umgang mit Lebensmitteln so und du bist halt einfach bei deinen Eltern gefangen mehr oder weniger sag ich mal ähm du musst da ja einfach wohnen natürlich übernimmst du halt deren Essverhalten da wurde ein Video von mir auf TikTok gepostet von meinem Vlog ja klar ab irgendeinem ab irgendeinem Alter äh ab irgendeinem Alter kann man schon schon selber darüber nachdenken aber ganz ehrlich also ich war auch jahrelang viel zu dünn äh ich war ja ein übelster Lauch ne wenn ihr euch mal alte Fotos von mir anguckt und ich hab das auch selber nicht so wahrgenommen so ne also ich mein kann jetzt sich von einem 14 oder 15 ja ja übergewichtig vielleicht noch also wenn ich übergewichtig wäre das ist wahrscheinlich eher gecheckt als untergewichtig weil ich war jetzt auch nicht gefährlich untergewichtig oder so ne BMI war schon leichtes Untergewicht ähm also gut ja bei Übergewicht merkt man es kann man es vielleicht halt schneller merken was meinst du mit wahr so Digga dich blockiere ich so guck mal das ist so ich verstehe solche Kommentare nicht Bruder ich wiege 84 Kilo auf 1,90 das voll der Lauch und dann kam die Kommentarsektion war ekelhaft also sie beklagt sich über ihre Schulzeit und auch während sie mit Sascha zusammen war wurde sie hin und wieder gemobbt das ist alles andere als cool ich verstehe ihre Lage und ich finde es ganz ganz schrecklich aber dann schreibt Honeypoo auch wiederum auf Twitter folgendes neben mir im Flieger sitzt die Mastigkeiten Person Gott auf die 13 Stunden aber ich fühl mit ihr Luke also gerade wenn man selbst von Mobbing betroffen war auf gut des Körpers ist das halt alles andere als ein klares Zeichen gegen Mobbing zu setzen denn Honeypoo hat vor allem mit ihrer immensen Reichweite einen ziemlich starken Einfluss was für ein Kuchen jetzt nicht witzig why weil Mobbing im realen Leben nicht gleichzusetzen ist mit irgendwelchen Memes oder schwarzem Humor im Internet und ganz genau da ist wieder der der Punkt die Baustelle die ihr zu bereinigen habt lernt zu differenzieren lernt zu erkennen was das eine ist was das andere ist dass man diese Basics euch noch beibringt ihr seid doch alle erwachsen Leute Jesus ihr dürft doch auch zur Wahl gehen Kinder in die Welt setzen denen Werte beibringen kriegt aber nicht mehr die einfachsten Sachen geregelt und zu unterschieden wieso nicht warum nicht verstehe ich es nicht weil das Internet keine Auswirkungen auf menschliche Psyche haben kann es ist ein Unterschied ob du allgemeine Witze im Internet machst oder ob du irgendjemand in der Schule in einer Gruppe gezielt mobs und zwar strukturiert regelmäßig ja das ist ein Unterschied ich hole glaube ich für den nächsten Stream so einen großen Blog mit ein paar Buntstiften und so weiter damit ich so Sachen malen kann vielleicht kommt das ja besser rüber weil scheinbar sind die einfachsten Worte für euch trotzdem noch irgendwie keine Ahnung das muss dekodiert werden damit dies versteht war bloß auf die Jugend und wenn dann andere einfach als Masstsau oder Mastigkeit beleidigt werden ja Mastigkeit muss man jetzt vielleicht nicht sagen unbedingt aber ja ich kann sie halt schon verstehen dass man mit nicht neben einer sehr dicken Person im Flugzeug sitzen möchte da dir das durchaus auch schon mal ein paar Zentimeter Platz klauen kann ich glaube die Betroffenen feiern solche Sprüche eher weniger sie meinte übrigens im Anschluss dass sie da falsch verstanden wurde sie meinte das auch irgendwie anders ich konnte dazu jetzt leider kein separates Statement finden vielleicht hat sie das auch noch aufgeklärt weshalb sie das gesagt hat als Außenstehender ist das allerdings ziemlich befremdlich sowas zu hören und nein ich bin natürlich auch nicht der Gutmensch des Jahres wie es mir vorgeworfen wurde natürlich ist das nicht angenehm wenn man 13 Stunden in dem Flieger sitzt und hat dort kaum Platz darüber kann man sich persönlich natürlich aufregen und in der Situation ist es auch nichts Schönes die Frage ist aber halt nur wie man sich dazu äußert mit dem Wort Mastigkeit sehe ich halt ein Problem denn dadurch wird suggeriert ey ein dicker Mensch ist wie eine Mast-Sau die Menschen die Person wir haben die Person aber auch nicht gesehen so einem Flieger neben Hannipu ist deutsch und hat das mitbekommen was Hannipu dort über ihn gesagt hat dann würde ich einfach mal sagen GG an der Stelle ja Master ich weiß nicht also Master schreibt gerade dass es ihm geholfen hat dass er gemobbt wurde weil er sich dann mehr damit beschäftigt hat ins Gym zu gehen und so ja es ist halt nicht jeder Mensch gleich also ich glaube wenn du jetzt wirklich dafür gemobbt wirst ich glaube es gibt halt so Mobbing ist zu keiner Zeit zu relativieren zu rechtfertigen zu legitimieren oder gut zu heißen zu keiner Zeit Mobbing ist scheiße drei Wege ich glaube dem einen ist es einfach komplett egal der lebt einfach sein Leben der andere geht daran halt psychisch kaputt weil ihn das einfach extrem belastet und dann hat er gar keinen Bock mehr auf nichts ja und die anderen nehmen dann halt Motivation damit raus ne ähm gibt halt alles so und ich glaube der würde sich eher weniger darüber freuen natürlich darf hierbei auch ein Orange Morange nicht fehlen er beschwerde sich ja immer wieder darüber dass Leute ihn gefrontet haben indem sie Videos von seiner Freundin gepostet haben da sie ja Erwachsenendarstellerin war anstatt dass er es aber besser macht und ein besseres Beispiel ist und nicht andere deswegen einfach unnötig hatet postete er zuerst dass es halt Freundschaften zwischen Männer und Frauen nicht gibt daraufhin schrieb dann eine Userin namens Gina dass er sie doch bitte wieder blockieren soll und daraufhin postete Orange Morange ein Bild von ihr dass sie eine Ausnahme sei und er sich demnach eine Freundschaft zwischen Gina und ihm vorstellen könnte ja was ich hier auch sehr schade dran fand weil ich hab auch mit mit Orange Morange da kurz zu gut finde er lässt oftmals einfach den Kontext weg das Ding ist Gina und Orange Morange hatten schon davor ne Auseinandersetzung ich meine dass Gina ihn auch schon mal beleidigt und fertig gemacht hat und gefrontet hat und dann bringt Orange Morange halt den Front zurück finde ich absolut legitim so weil wenn ne wenn die eine Auseinandersetzung haben und Beef ist es in Ordnung das geile ist Alpha Kevin hat ja selber sich voll oft über Skoros lustig gemacht den Tweet hab ich euch ja gezeigt und das hab ich ihm auch privat nochmal gesagt und meinte so ja Bro du machst halt genau das gleiche so warum frontest du da mich in dem Video dafür ähm und er meinte ja aber wir hatten ja ein Beef und eine Auseinandersetzung und deswegen ist es halt irgendwie okay das zu machen bei Orange Morange war das aber kein wichtiger Fakt also er hat wirklich zu Orange Morange gesagt das hat keine Relevanz dass die vorher Beef hatten aber bei Skoros hatte es so viel Relevanz dass das ein Gegenargument für ihn ist warum man da dann Bodyshaming betreiben darf und das ist halt das Lächerliche und dann sagt er am Anfang des Videos ja aber ich will hier kein Streit es soll ein objektives Video sein wo Zusammenhänge weggelassen nicht richtig dargestellt Sachen aus dem Zusammenhang reißen das ist schade ich weiß nicht ob er das extra macht oder es wäre ja auch gar kein Problem gewesen in dem Nebensatz zu sagen ja okay die hatten vorher schon Streit oder so man kann sich jetzt drüber streiten man kann sagen dass das Ganze einfach absolut traurig ist und diese Verhaltensweisen haben sich vor allem auf Twitter wirklich massivst gestärkt dass es mittlerweile normal geworden ist Menschen dort komplett weg zu beleidigen wenn sie etwas dicker aussehen deshalb kann ich mir auch vorstellen und ich kann das auch gut nachvollziehen dass sich etwas dickere Menschen im Internet nicht zeigen wollen weil sie sich damit sowas beschäftigen müssen man muss halt wirklich nicht ständig aufs Äußere gehen um jemand anzugreifen vor allem wenn man nicht mal danach gefragt wurde und ich bitte hierbei inständig wenn ihr wirklich etwas gegen Mobbing habt und auch Mobbing bei Kindern stoppen oder am besten verhindern wollt dann seid einfach in der Hinsicht bitte Vorbilder und trollt nicht die ganze Zeit rum weil das macht es nicht besser denn auch wenn das ganze Spaß und Trolling sein soll verletzt es am Ende des Tages trotzdem Menschen die teilweise nicht mal etwas dafür können dass sie so aussehen von mir aus könnt ihr andere Menschen aufklären das Übergewicht ja ich habe auch das Gefühl dass Eifer Kevin in seinen Videos einfach nicht gut recherchiert also er lässt oftmals schon wichtige Kontextsachen und so weiter weg so weiß ich nicht ich fühle das nicht es gibt es gibt schwarzer Humor der wirklich darauf abzielt mal einen Witz zu bringen es gibt schwarzer Humor der häufig auf dieselbe Person abzielt sowas nennt man Mobbing auch wenn du sagst das ist Satire oder schwarzer Humor und alles und so weiter wenn du gezielt eine Person immer und immer wieder mit denselben Witzen traktierst und daraus auch kein Hehl machst dann ist das kein schwarzer Humor dann ist das schon Mobbing ja und ich denke mal es ist so einfach das zu unterscheiden ob du irgendwelche Memes oder schwarzen Humor einfach mal auf dem Stapel lässt die vielleicht wie gesagt mit Wortwitz gespickt sind und so weiter die vielleicht überraschend sind die einen unerwartet treffen und so weiter wo die so absurd sind dass du sagst okay das war jetzt wow okay kannst nichts machen würde KuchenTV jetzt beispielsweise diese eine Frau da die in den Pool gesprungen ist und dann siehst du halt diesen diesen Wal würde sie jetzt würde er jetzt da das Profil von ihr raussuchen und dann auf Basis dieses Wahlmemes halt weitere Memes machen dann wäre das genau das was ich auch verurteile nämlich Mobbing nämlich Fettshaming gezielten Hass verbreiten und so weiter aber das ist doch so einfach zu unterscheiden so einfach zu erkennen dass ich hier manchmal wirklich fassungslos hier sitze und mir denke manchmal glaube ich auch ich werde getrollt ganz ehrlich was hat die fremde Frau denn getan warum muss man irgendwas tun oh mein Gott guck mal du findest es nicht witzig ja richtig aber ich habe es doch gerade erklärt ich weiß nicht wie ich es noch erklären soll wie gesagt an sich stimme ich ihm ja zu muss man nicht machen auf jeden Fall nicht aber wie er manches hier als Hate darstellt oder als Hetze oder so weil man ein paar Memes oder sowas postet also ganz ehrlich da habe ich schon viel schlimmere Sachen gesagt als das was er gezeigt hat das wirkt für mich halt wieder so wie ja ich habe keine Themen deswegen nehme ich jetzt das ist alles schön und gut aber random immer wieder so zu agieren wie ich es euch gerade in diesem Video gezeigt habe finde ich geht einfach gar nicht klar und das geht an die Psyche von den betroffenen Personen ja bei Scrolls ist es wieder was anderes natürlich hier ist auch kein Farmen von Gratismut wie es mir vorgeworfen wurde sondern das ist wirklich ein ernst gemeinter Appell an alle YouTuber und Streamer da draußen wie gesagt ich habe nichts gegen euch ich bin auch nicht fehlerfrei aber dafür lernt man auch mit der Zeit dazu und kann versuchen daraus zu lernen und es besser zu machen ich denke keiner von uns ist frei von Fehlern hat ähnliches schon mal gemacht deswegen denkt immer darüber nach wie das ankommt was hier andere ja und auch da das einzige was er zu sich sagt ja ich habe auch Fehler gemacht weil er wahrscheinlich zu 100% genau wusste dass Leute auch Verhalten von ihm nach dem Video kritisieren werden aber er kann am Ende ja sagen naja ich sage ich habe auch Fehler also ist doch alles gut ja Bro ich habe aber auch schon in Videos gesagt dass ich nicht fehlerfrei bin deswegen verstehe ich nicht warum nämlich Frontist also war doch klar dieses Thema lag mir einfach am Herzen schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu und lasst mir gerne ein Like da wenn euch das Video gefallen hat und damit würde ich sagen Stänkchen ans Wänkchen euer Alpha Kevin und tschau ja weiß ich nicht von der Grundmessage her fand ich das gut aber das Wording viel zu übertrieben ich sehe viele Dinge auch nicht so schlimm wie er ja ich weiß nicht Digga ich bin wieder falsch verstanden und die Aussage seines Videos fehlinterpretiert ich glaube jemand der fehlinterpretiert wird ist hier KuchenTV vor allen Dingen beziehungsweise es wird noch nicht mal fehlinterpretiert man möchte es Raymond ich glaube noch nicht mal dass manche wirklich obwohl was ich hier manchmal gelesen habe sorry ne aber das ist echt man kann doch das eine von anderen unterscheiden um Gottes Willen das kann doch nicht so schwer sein kann doch nicht so schwer sein ja scheinbar doch hab mich vertan scheinbar kann es doch so schwer sein hei 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 hee juhh ooo kay Bis zum nächsten Mal.